Und weiter geht's mit Mission 6 der Sowjets. Tausende Bürger haben Paris verlassen. Das absolute Chaos, Jim. Wir wissen nicht einmal, wo unser Präsident ist. Warte! Die Vereinigten Staaten liegen nun endlich da nieder. Wir verdanken diesen... Verdienten Sieg allein ihrem überragenden Talent, was Menschen- und Truppenführung betrifft. Und General Wladimir. Danke. Ihre Herrlichkeit wird nur noch übertroffen von Ihrer Großzügigkeit. Ich... ...habe etwas Besonderes bekannt zu geben. Aufgrund unseres letzten Erfolges habe ich mir überlegt, Juri zum Oberbefehlshaber aller sowjetischen Truppen zu befördern. Was? Und mit sofortiger Wirkung... Das ist dein Werk, Juri! Daran ist kein Zweifel! Es kommt mir vor, als sei unser Wladimir jetzt böse. Schade. Wir haben noch zu tun, General. Die alliierte Pazifische Flotte nähert sich Hawaii. Zerstören Sie sie zuerst bei Pearl Harbor und errichten Sie dort eine neue Basis für uns. Willkommen zurück auf Pearl Harbor. Da waren wir doch schon mal. Bloß mit der anderen Seite. Gefechtskontrolle aktiviert. Und Juri das kleine Schlitzohr, oder? Einfach mal Romanov manipuliert. Und sich selbst den Befehlshaber gemacht. Aber hey, es pisst hier... Es pisst General Wladimir an. Von daher gefällt's mir. Gefechtskontrolle online. Hm, okay, wir sind angekommen. Ja, wir haben ja auch sogar ein MPF. Ein mobiles Bobbycar. Ein mobiles Bobbyfahrzeug. Ähm, da unten haben wir Erzgut. Das wollte ich erstmal ausgespäht haben. In die Mission kann ich mich sogar... Obwohl, jetzt kann ich mich so langsam dran erinnern. Auch wenn jetzt auf jetzt. Ah, ja, ja. Da unten haben wir noch... Ah, ich glaub dann... So, mach mal was. Nicht so lange warten. Vernichten Sie die Alliierte. Mission erfolgreich. Bitte, bitte was? Yay. Oh. Na gut, Zeit im Mitbeginn erst, sobald wir... Was ist so schlimm. Dann bitte so schnell es geht Ressourcen, bitte. So schnell es geht die Diamanten. So, wie... Ich weiß nicht genau, war das die gleiche Map? Wie bei den Alliierten? Es ist auf jeden Fall genauso Hawaii wieder. Beziehungsweise bei Pearl Harbor. Nur, weiß ich nicht, ob das auch wirklich genau die gleiche Map war. Oh, guck mal, ein kleines Wasserfällchen. Oh, guck mal, Kühe. So eine Spionage-Kühe. Die könnten uns in den Rücken fahren. Die könnten uns in den Rücken muhen, wollte ich sagen. Steht die Kuh hinter dir. Muhen. Verdammt, ich wurde hintergegangen. Produktion abgeschlossen. Einsatz hier nicht möglich. Produktion läuft. Neue Bauoptionen. Hm. Da haben wir noch ein paar. Ja, irgendwie müssen wir da hinten nochmal eine Raffinerie hinplatziert bekommen. Da kriegt man eigentlich auch noch ein bisschen was raus. Neue Bauoptionen. Produktion läuft. So schnell es geht, bräuchte man dann eigentlich auch eine Werft. Dieser Krieg wird nämlich auf See entschieden. Produktion abgeschlossen. Ah, da raffen noch jeder unten hinzubauen, nur deswegen. Produktion neu. Nee. Produktion neu. Mh, haben wir eine Flak. Benichten Sie die alliierte Flotte. Rekruten melden Jorte auf Order. So, die holen sich schon die Diamanten. Das ist wunderbar. Fahrzeug belichtet. Produktion abgeschlossen. Produktion neu. Aufflack sind nie verkehrt. Die Alliierten können ja sehr, sehr mit Flugzeugen und Rocketeers nerven. Ein bisschen Absicherung zu haben, ist da nicht verkehrt. Bereit genossen. So, komm mal an. Produktion abgeschlossen. So, du kommst mir mal hier hin. Produktion neu. Dann die Waffenfabrik und dann machen wir gleich die Werft. Aber die Waffenfabrik möchte ich auch haben, da kommt dann nämlich noch so zwei, drei Sammler raus, damit das auch gut flüssig läuft. Produktion neu. Obwohl, jetzt lassen wir mal die Flak. Abgebrochen. Warte auf Order. Na komm, sammelt es erst rechtlich fertig. Obwohl, du kannst mal die Diamanten dahinten nehmen. Oh, Hallöchen. Wir haben aber noch neun Minuten. Hallo. Und dann noch mit Panzern. Euch geht's ja wohl zu gut. Komm, geht mal das kleine Bungalow-Württchen da. Nicht, nicht zerbritzeln. Ja, herzlichen Dank. Reparatur läuft. Gebäude verlassen. Produktion abgestochen. Panzer immer wieder schön. Oh, leck mich doch. Ich glaube, ich muss die Bungalow-Württchen da hinten mal besetzen. Komm, das soll wir befördern. Wär auch zu schön gewesen. Ja, wir könnten dann doch relativ fix noch einen Radarturm gebrauchen, dass wir auch Tesla spielen brauchen. War das mit Radarturm? Ich glaube, das war mit Radarturm, oder? Produktion läuft. Oder war das erst? Ne, das war erst mit Forschungslabor, glaube ich. Lieber in Alliierten. Aber Forschungslabor ja auch für Bismarztürme. Gebäude eingenommen. Hütte. Gebäude eingenommen. Der Rekrut ist in der Hood. Produktion abgeschlossen. Neue Bauoptionen. So. Jetzt aber endlich werft. Ah, es war doch schon mit Radar, die Tesla-Spule. Ich hatte da sowas im Hinterkopf. Alles klar. Dann ein paar Tesla-Spulen, bitte. Ich würde mich gerne ein bisschen sicherer fühlen. Unzureichende Credits. Training. Bereit genossen. Bereit genossen. Bereit genossen. Gestoppt. Abgebrochen. Dass die Werbung fertig wird. Ne? Gestoppt. Gut, machen wir es so. Neue Bauoptionen. So. Vielleicht ein paar U-Bötchen dazu. Und jetzt dann aber eine Tesla-Spule. Jetzt kommen die schon wieder von hier. Ihr könnt mich mal. Oh, sie gucken da rüber. Sie wollen zu dem Bunker los hier. Die haben sie gleich anwesend. Das sollen mir recht sein. Kommt. Wir müssen auf den Weg noch. Das war sehr entgegenkommend. Dankeschön. Ich merke aber gerade das Problem. Die werden die ganze Zeit immer da hinten landen. Verstärkung angetroffen. Uhu. Dreadnoughts. Gut. Ich sollte die einfach hier nicht landen lassen. Motor reagieren. Das heißt, einfach ein paar U-Bötchen, dann wird das. Neues Ziel erhalten. Am liebsten würde ich aber... Produktion abgeschossen. Ja, zum Beispiel sowas. Hi. Sag mal. Einheit bereit. Schiff bereit. Käpt'n bestätigt. Hallo Käpt'n. Ich finde es schön, dass du bestätigst. Büss. Warte auf Ordre. Warte auf Ordre. Erdssammler unter Beschuss. Kriegssammler sollten eigentlich auch was anrichten. Und ihre Basis steht unter Beschuss. Produktion neu. Ansonsten schauen wir einfach mal, dass ich das spielere. Eintreffende Nachrichten. Genosse General, wir müssen unbedingt diese Tesla-Spulen aufladen, denn das erhöht ungemein die Reichweite unserer Waffen. Produktion neu. Der fröhliche Tesla-Tuber von nebenan. Mit geschäftem Energienniveau. Einheit bereit. Das ist Peter Tesla. Wir wollen den sowjetischen Löwenzahn. Reparatur läuft. Lade auf. Der Bundesliga hat uns raus mit der Suppe. Ich weiß, es ist nicht das cleverste, jetzt hier das Kraftwerk hinzubauen, aber ich würde gerne so eine kleine Verbindung darüber bringen, dass ich ein bisschen weiter vorne verteidigt habe. Vielleicht da ich da die Suppe schulen aufbauen oder so. Über der Basis steht unter Beschuss. Erdssammler unter Beschuss. Einheit befordert. Einheit bereit. Training. Beim Übergang, das ist doof. Muss ich da wirklich ein mobiles Baufahrzeug mal hinknallen? Ich habe gesehen, dass die Republik Korea gerade ihre Truppen verstärken, außer General. Schon wieder Korea. Wenn sie jetzt Polhaber erreichen, wird es sehr schwierig sein, unseren Überfall zu vollenden. Und zu euch in der Kredits. Der Überfall. Schon wieder so, wie so ein streng geheimes Nazi-Projekt. Oh, hi. Gut, die sind gerade auf der Durchreise noch. Äh, Vorsicht. Schön weiter Stück für Stück rausfokussieren, wenn sie jetzt nicht auf uns drauf sind. Jetzt noch die Zerstörer, dann haben wir es gleich. Die Flugabwehr. Schiffe können ja am Arnus vorbeigehen. Nur die Flugzeugträger könnten mir gefährlich werden. Einheit verloren. Sehr schön. Jetzt sind schon mal die Zerstörer weg. Koreaner schon wieder. Wo ist denn der Kim Jong, wenn man mal braucht? Der für mich eintritt hier. Unserer Basis steht unter Beschuss. Einheit bereit. So, meine Dreadnots können ja mal auf den Bugata schießen. Oh. Schießt auf meinen Arm. Hafen. U-Boot, machst du mal ein bisschen eh, ne? Unserer Basis steht unter Beschuss. Einheit bereit. Reparatur läuft. Schiff meldet sich. Schiff bereit. Schiff meldet sich. Okay, holen wir mal ein paar Rekruten rüber. Rekrute meldet. Rekrute meldet. Rekrute meldet. Rekrute meldet. Das hier ist ja eigentlich so weit erkundet, aber wir können trotzdem ein bisschen rüber gucken. Wir haben leider nicht so was Schönes wie die Rocketeers zu erkunden, aber wir können das mit... Diese Schiffe sind schön schnell, mit denen kann man eigentlich auch wo die See erkunden. Die Meeresskorpione. Können wir auch ein paar mehr machen, ein paar Flags so auf See ist nie verkehrt. Die Alliierten handieren ja immer gerne mit vielen Flugzeugen rum. Geil, ob Flugzeugträger oder nicht. Einheit bereit. Bereit. Position beständig. Du fährst ein bisschen nah ran, Junge. Sorry, das hast du jetzt selbst versaut. Rekrute meldet. Schiff meldet sich. Schiff bereit. Schiff meldet sich. Der fährt auch zu nah ran. Na, wenn's nur Spaß macht. Einheit bereit. Schiff meldet sich. Ah, wer kommt denn da angefahren? Captain Tom kommt angegrußt. Ich höre. Deswegen hab ich den Bunger noch nicht besetzt. Das hätten die jetzt vielleicht mit Flugzeugen angegriffen. Einheit bereit. Was es unschön ist, brauch ich, glaub ich, nicht hinzuzufügen. Ich höre. Navigiere. Captain bestätigt. Navigiere. Navigiere. Captain bestätigt. Ah, ah. Komm, schieß mal weg. Ähm, ihr trefft alle grad nicht. Ich wollt's nur mal erwähnt haben. Okay, ein Flugzeug abgeschossen, zweiter Flugzeug abgeschossen. Die Skorpion ist ein durchaus sehr effektiver Flack. Einheit befördert. Hier wird auch noch weiter abgeschossen. Oh, das wird noch im akzeptablen Rahmen gehalten. Sehr schön. Keine Fabrik verloren. Ludwig glücklich. Das war's schon mit den Koreanern. Ah, ne Werkstatt machen wir mal. Können wir eigentlich gar kein Forschungslabor bauen? Woher kommt das? Was ist das denn? Das heißt, die Threadnoughts, die wir haben, sind die einzigen, die... Puh, dann müssen wir umso mehr auf die aufpassen. Hier wird es umso mehr auf die aufpassen. Produktion abgeschlossen. Äh, ein... Produktion neu. Positivität. Schiff meldet sich. Autorenarbeit. Bitte sterben. Danke. Der Fett braucht wirklich sehr entgegenkommt ran. Entgegenkommt halt. Neue Bauoptionen. Produktion neu. Produktion abgeschossen. Und hier irgendwann mal landen wollen. Wäre schon neus. Was ich jetzt auch noch suchen will, vor allem, ist den alliierten Hafen. Alter, was ist denn hier los? Oh, dreifacher Panzer. Dreifacher Superpanzer-Gin. Bitte was? Hm, Hallöchen. Damit blockieren wir zwar den Durchgang, aber ich möchte nur einmal ganz kurz haben. Keine Sorge, ich mach gleich wieder weg. Nicht durchdrehen, nicht durchdrehen, nicht durchdrehen. Alles wird gut, Freunde. Ist gleich wieder frei. Danke für die Geduld. Komm, wieder zurück. So, kommt hier dran. Und seid glücklich. Oh, hallo, Christian. Wie ist es ne Bombe? Warum holen die sich eigentlich nicht hier das Erd? Ich meine, klar, das da hinten ist natürlich verlockend. Vor allem die Edelsteine sind nice. Aber macht mal wirklich bitte hier. Und da unten. Wir haben ja überall noch Zeug. Ihr müsst nicht die ganzen Reste aufklauben. Wir haben noch Reserven. Nutzt sie. Die schreien schon vor allem. Ich benutze mich. Benutze mich. Produktion läuft. So. Und dann suchen wir weiter mal die Werft. Los, werft uns. Die Motoren haben mir was voraus. Ja. Okay. Wir gucken mal da oben ein bisschen lang. Hier gibt es bestimmt noch genug Alliierte. Einheit bereit. Ich werde da vielleicht auch mal ein paar Rekruten vorlanden lassen, einfach um ein bisschen das Gebiet zu erkunden. Guckt mal ein Bunkerchen. Einheit bereit. Nichts mehr? Okay. Also oben ist schon mal Ende und ich sehe auch keinen Hafen. Das heißt, von hier kann nicht so viel Gefahr kommen. Dennoch würde ich jetzt mal gerne wissen. Die Garte ist wirklich groß. Diese Mappus ist gewaltig. Machen wir uns trotzdem mal zumindest einen kleinen, sinnvollen Landungstrupp. Hi. Sogar noch ein Zerstörer da. Oh, könnten wir vielleicht da unten landen. Die sind ja eigentlich in Zerstörer durchgekommen. Ich dachte, hier hat alle versenkt. Aber das da unten könnte wirklich ein schöner Landungspunkt sein. So fernab sich erstmal nochmal ruhig aufzubauen. Was ist das hier? Technologieflughafen. Mh. Mh. Ich glaube, ich möchte da unten landen. Gut, die da oben können erstmal gucken. Und dann nehme ich auf jeden Fall noch den einen oder anderen Jinja mit. Jinja. Jinja. Na. Ah ja, unser Ziel war ja glaube ich nur die Flotte zu vernichten, oder? Ja, die alte Marine muss vernichtet werden. Wenn ich da jetzt fertig bin, haben wir dann schon gewonnen. Ich würde ja gerne noch ein bisschen weitermachen. Das würde mich ziemlich enttäuschen, wenn es einfach mal plötzlich vorbei wäre. Oh, der denkt an Paris. Das war so schnell vorbei. Natürlich ist es realistisch, aber... Bitte. Ein bisschen mehr auskosten hätte man es trotzdem können. Warte auf Order. Order erhalten. Warte auf Order. Betriebliche Weihnachtsfeier in Paris. Wie denn so auch jetzt? Position wird geändert. Warte auf Order. Wie denn so weltweit.